Und auf geht's für GDG! Gegen das Bike-Milton, den wir hier groß sind, das Bike-Milton auch mit kurzem Griff, der Axt, der versucht hier die erste Pockets zu schlagen. GDG mit dem Kopf ist schon oben anfangbar, aber die Pockets von Milton ist gut, sie hält. GDG haben wir schon das zweite Bremdruck platziert, das sieht sehr danach aus, das Gewässerchen. Wie geschmeidig! Der da hoch kriecht eigentlich, das ist schon klasse! So, jetzt hat er die Möglichkeit, die absolute neue Besserung, die gibt es jetzt noch mal auf den Punkt, das ist gut dabei. Die E-Präte arbeitet hart, deutlich nicht gewohnt für den Rationen, das bleibt jetzt ein-, zweimal hell, kann gleich schon die Seite wechseln, geht aber auch schon mal sicher, jetzt muss er wechseln, weil schon ganz viel weggeschwitzt ist. 50 Sekunden für GDG, deutlich nicht gewässert, die E-Präte ist ganz große, wehren stark! Also, die E-Präte für GDG, die E-Präte wirken ein bisschen wie gesagt, aber hier ist jetzt erstens, bei einem zweiten Pockets, und das ist einfach das Problem, dass die Pockets einfach nicht gut erwischen. Äh, es ist hier viel zu viel Zeit, wir haben jetzt schon 1,11, 1,12, und das wird demoralisiert, mit dem GDG, der schon fertig ist, und jetzt macht er grad, äh, am ersten Start, und, äh, ja, jetzt wird man sehen, doch ist er sehr stark, schau dir die Axt an, was ich für Stücke rausmallt, aber ehe vier Pockets verlierst du die Zeit, also, schau dir das an, die Axt ist wunderbar, ja, es ist gerade 8 Schläge, am besten 9., 10., äh, 3,14, 34, das ist natürlich schmerzhaft, bei der Zeit, kann schon noch Punkte bringen, wenn er jetzt muss, aber da auch langsam erfasst werden, das, äh, da auch ein bisschen bei Spike Version, auf der linken Seite, ja, jetzt, äh, jetzt, äh, Spike, eben,